Wir stützen Sie mit den Argumenten, die wir haben. Die Europäische Kommission wird mit diesen Overseas-Produktionen zusammenkommen. Wir wollen unsere traditionellen Methoden haben. Wir wollen nur unsere traditionellen Methoden und unsere traditionellen Wien-Growing-Familist-Situations haben. Das ist unsere besondere Grund. Das hat nichts damit zu tun, was die Anglers machen mit ihren Gentechniken. Ich habe ihre Regionen besucht und gehört, was sie sagen müssen. Wir haben eine sehr gute Kooperation. Wir haben eine sehr gute Kooperation. Wir haben eine sehr gute Kooperation. Wir haben eine sehr gute Produktion. Wir haben eine sehr gute Produktion. Und unsere Produktion ist etwas weniger. Wenn wir auf unsere Handen stehen, dann wird das wirklich verletzt. Und ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass wir ein Potenzial haben. Das ist eine sehr gute Kooperation. 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 ist die Qualität des Produkts, die Farben, die Geschmack, die Identität und die Authentizität von uns, in Europa und in Europa.